schönen guten morgen guten morgen sonnenschein ein mikrofon haben ist im weg das kann doch gar nicht sein so so muss ich sitzen so da fahrt alter machen wir in den chat hier rüber machen wir den bord hier an und haben natürlich doch vergessen die standardklassen zu ändern wie immer der teacher wie immer moody moin julian julian grüßt ihr grüßt ihr ich will heute ein bisschen auf jeden fall die granko noch mal spielen gucken ob die noch tagt oder nicht aber ich meine die taucht das wissen manuelle da ist eine vorrunde ist eine vorrunde moin marion svenny florian janinchen carny grüßt euch ja op ist wohl jetzt keine schwerwiegende eingriff sondern einfach nur es raus geschickt was da nicht hingehört am donnerstag sind fäden ziehen und dann werde ich auch das ergebnis bekommen ob das bösartig war oder nicht bösartig und das ist das wichtigere eigentlich sag ich mal und zum dank der nachfrage und so haben erstmal black screen wie geht's euch ihr lieben wie habt ihr geschlafen wie geht's 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 absoluten games aber ich werde noch vieles kümmern alter junge finanzamt macht schon wieder stress 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 only stress macht das finanzamt ich hab hier ein kopfgeld denkt man hier fliegen aber viele mit Grüße dich, Claudia, meine kleine Dominik, Michael, good morning, good morning dudes. Kopfjet is on, genommen. Oh, da unten fliegt auch einer. Oh, fast runtergeflogen, Digga. Gib mir die gute Waffe, dann können wir den gleich lasern. Wo ist denn der hingeflogen, der Suppenkasper? Da unten ist er doch. Hab ich mich erschrocken, Alter. Ist doch nur ein Warnschuss, Bro, sorry. Und weg. Da war doch noch eine Kiste zu hören irgendwo. Oder ist auch ein Gegner vor mir, habt ihr gesehen? Ich hätte mich aber anscheinend noch nicht gesehen, oder doch? Anscheinend doch. Nee, anscheinend nicht. Kiste da unten. Moin, ich bin am FIFA-Zocken nebenbei. Läuft ein Stream. Sehr schön, Roland. Wie geht es hier? Auf euch geht es allen gut, der Süßen. Da, 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 Mikey, grüß dich. Mein Gott, warum komm ich denn hier nicht hoch, die kleine scheiß Elke, Leute? Bin ich jetzt so klein in dem Spiel plötzlich, oder was? Das Find-LMG ist schon echt sexy, muss ich sagen. Wird eigene Waffen gehabt? Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Das tut weh. Man sieht halt die Gegner mal so. Was ist denn jetzt hier los? Mal so schlecht. In dem Game ist es einfach, man, nicht einfach. So. Alles Beste. So, schön zu hören, mein Guter. Und Sveni kloppt gleich wieder 1000 Steine raus. Ey, du wirst du eine oder zwei Mal Ehrensfälle in den Chat. Egalchen. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Support, Brody. Vielen lieben Dank und natürlich schönen guten Morgen. Schön, guten Moin. Zwei Kiste sind runtergekommen. Ich überlege, glaube ich, jetzt meine rausholt oder nicht. Farah spielen auch wieder viel. Aber der Scope geht schon mal gar nicht, Alter. Nee, nee. Dann holen wir mal unsere Kiste raus. Das hält ja mal von sich aus immer noch schon alle Mann oder was bei dem Modi. No, moin, Torsten. Nee, ja, ich schlafe nicht wirklich gut. Und da fliegt schon direkt einer hin. Ich glaube, unter mir ist auch einer. Also niemand traut seine Waffen zu holen oder wird der Arme? Ist da noch einer unten drunter oder nicht? Irgendwas hier hört die ganze Zeit noch. Oh, shit, Bro. Okay, dude. Habe ich noch mal für einen Sculpt da drauf, Digga? Na, 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 warum habe ich da so einen Sculpt drauf gerade? Check ich nicht. Aber okay. Hier ist es in der Sculpt. Könnt ihr gerne Clip, wenn ihr wollt? Denn we need Clips, guys. We need Clips. Moin, Tobi, mein guter. Markus, Alex, ich kann am Supporter-Treffen nicht teilnehmen, aber spende trotzdem. Du brauchst ja nichts zu spenden, Dickerchen. Das geht doch nicht ums Spenden. Die 35 Euro sind doch nicht als Spende. Die 35 Euro sind für euch selber, Digga. Essen, trinken und drum und dran. Und die Unterkunft bezahlen. Du bist ja putzig. Du bist eine süße Maus, Wendy, Digga. Du brauchst ja nichts zu spenden. Alles gut, Bro. Schade, dass du nicht kommen kannst, Brudi. Markus, grüße. Harry, Benni, Michael. Guten Morgen. Ja, heute habe ich ja momentan seit gestern, vorgestern extreme Schmerzen wieder. Und meine Medikamente muss ich auch morgen neue holen heute. Der Arzt ist ja nicht so lange offen. Und ich muss mich auch um Luki sein scheiß Ding da kümmern. Ich habe keine Ahnung, wie ich da einen scheiß Filter da in Gang kriege. Weil der wird eigentlich heute seine Schildkröten abholen. Und wenn ich jetzt sage, das wird heute nicht so sein, Schildkröten, dann wird er wieder dolle traurig sein. Und dass sich doll darauf freut. Aber ich weiß halt nicht, wie der Filter geht. Das Wasser muss ich erst mal ein bisschen filtern, bevor ich die Schildkröten drin setzen kann. Das ist ja das Problem. Da muss ich erst mal gefiltert werden. Get water. Oh, eine Drohne. Ich fand das natürlich sexy. Oh, da haben wir hier oben welche. Da können wir mit einem Salchen fliegen. Alter, Patrick. Und Sveni. Dankeschön für eure Sterne, ihr süßen Mäuse. Vielen, vielen lieben Dank, Hamburgis. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ihr kleinen Orange-Schweine, ihr. Und jetzt das Kopfgeld. Und dann geht's ja rund. Oh, da ist schon einer über mir direkt, oder was? Was macht denn der da oben, Alter? Da müssen wir ja aufpassen, jetzt ist er wieder weg. Ist der geflogen wahrscheinlich? Oh, 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 oh. Hier ist einer oben. Ist der auch da oben? Weil das ist mein Kopfgeld. Ja, da ist einer oben. Der hat nur das Kopfgeld, Freunde. Alles klar. Und das war der Headshot, Freunde. Das Gute ist, dass der nicht so einfach rüberkommt. Der kann bloß Nade schmeißen, ne, Dude? Ja, Bro. Da hast du dir meine Falsch angelegt. Da und da. Natürlich werden wir Livestream werden, Dennis, Digga. Bilder und Livestreams. Michi, grüß dich, mein Guter. Unter mir noch einer, natürlich, da. Ist denn so ein komischen Sculpt da drauf, Alter? Da wird mal einer verklickern. Da wird mal einer verklickern, Freunde. Oh, oh, oh. Du Hund, da. Du, Hund, da. Wir müssen erst mal wieder Selfie kaufen, Leute. Ich fühle mich jetzt so unsicher. Jetzt abgeschossen werden, ist halt die Kohle wieder weg und die Waffen erst mal. Moin, Dennis. Grüß dich. Und wo hat denn der mich jetzt snipet? Der Lappen von hier irgendwo oder was? Du weißt es nicht. Der snap doch gerade in, oder? Oh, ist wie ein Glint gerade hier irgendwo. Wo ist der nächste Einkaufslager? Da müssen wir erst mal hingehen. So, dann kommt ja auch. Alter, ich hab so ein Durst. Guten Morgen, Marcel. Daniel, grüße. Och, alles gut, Benjamin, Digi? Letztes Jahr sind andere 700 Kilometer sogar gefahren. Aber ist alles gut, Digga. Wie, jemand möchte halt, Schnuckelhause. Oh, ich muss schon wieder... Oh, nach vorne ist ein Geichner. Das ist auch ein Geichner. Ach, Tobi. Alles gut, Brody. Alles gut, Bro. Das ist die Gorenko, Digi. Der Feind sprägt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Digga. Brody. 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 Ach, der Svenny ist immer so geil, Alter, Digga. Alter, lass mal ein paar Herzen für unseren Svenny da, Digga. Vielen, vielen lieben Dank, Svenny, Alter. Ohne Scheiß. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Bro. Guten Morgen, Manuel, mein Lieber. Robert, grüße ich. Stell dir vor ein Guten Morgen. Das machen wir ein Selfie und eine Drohne. In der Zone kommt ja auch schon. Da ganz oben ist noch einer. Ich finde das gar nicht mehr so schlecht mit dem Nachtsicht, wie sie eigentlich gerade, obwohl das nicht mal gewollt war. Nicht dafür, Renny. Nicht dafür. Wir brauchen eine Waffenkiste, eine eigene brauchen wir erstmal nicht. immer noch ein Klasse 1 wichtig was ist jetzt auf die Kiste scheiß mal drauf ne jetzt krieg ich das Karma zurück oder was von dem Brother ach da oben steht er so wollen wir noch eine Dronen holen und dann gib ihn es gibt keinen bestimmten Grund die Gäste Marschspiele einfach probieren war nicht mehr mit Absicht eigentlich wie ich das drauf hatte fliegt einer direkt runter alter in der Luft noch fett eingedrückt du bist sowas von tot Junge sowas von tot what the fuck bro alter der hätte mich eigentlich umgefallen ja Digga ich glaube du bist zu wenig Speed drauf Scheißdreck bro Scheißdreck moin Alex grüß dich ja ein paar Herzen Bambi ist eins der Herzenballer für unseren Sven das ist ein Low ich sag mal keine gegenseitige Liebe mehr oder was hier lass mal ein paar Herzen da lass über mir ist der lass das doch unter mir man weiß es nicht nee der war wohl über mir ein gespielt finde Waffe alter roboter naja gut da brauchte nie wundern für die erste Runde läuft das doch ganz gut Leute das Leben noch 44 Stück 12 Kills haben wir schon von wo denn wir sind jetzt schon wieder wir schießen jetzt hier schon wieder auf uns von wo ich sehe ihn nicht so richtig hä ganz oben oder was ich glaube auch das 3er scope hier das hat keine ja von wo denn alter hat kein Verspiegel drin ah ich hab's gesehen ich hab ihn gesehen ich hab ihn gesehen ja kick doch nochmal du Assi jetzt kick der natürlich nicht nochmal sich mal in den Plattenkisten die Tücher braucht Leute wo ist hier Alter ist dein Ton zu leise im Game dein Game Sound zu leise ne der Game Sound kann ja nicht zu leise sein Bro das war knapp das war sehr knapp Bro Robin grüß dich Daniel moin das sind aber wenigstens mal ein paar Herzen hier Leute was ist denn da los oder von der läuft schon wieder inna so blöde wollten ja hingeschossen auf wen hier oben irgendwo hingeschossen oder ist hier unten ein Gegner ach der hat den hier abgeschossen glaube ich oder hätte ich da noch Kohle wo ist denn da hingegrätscht der andere kann klappen wo ist denn da hingegrätscht der andere kann klappen ich sehe nicht mehr Alter haben wir jetzt hier zwei Prezis liegen es tangiert nicht hart hier Freunde hinter mir noch einer der Schuss war doch gerade close oder nicht ansonsten hier unten knallen sie auch rum der ist gut der Spieler ne 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 cluster nehmen wir erst mal lastern tun wir erst mal ja jetzt sehe hier ja kommen wir hier oben hin in den Cluster digga hallo ho immer cool und so ein bisschen gucken könnt wo ist hier ein weißer Pound aber nett gut genug mein Leben zur vorwärter zu werden wird gejagt Das ist natürlich auch uncool. Mh, wollen wir den Jeep erstmal nehmen? Um irgendwie erstmal mittig zu fahren. Der wird hier eh irgendwo vor mir sein. Wahrscheinlich der das Kopf gettert, der Junge. Oh, Rot. Das ist uncool. Rot ist uncool, Bro. Oh, jetzt wissen wir ja, wo er ist. Provozieren wir den mal, dass er da raus... Dicka. Hä? Dicka, wo ist jetzt der andere hin? Nimm ich flaxen, oder was? Wo ist jetzt der andere hingejumpt, Bro? Da war doch immer neben mir genau. Drohne. Kommt da, wie hier rufen die Drohne? Und wieder ein, hier geht ja nicht noch eine Drohne, ich werde bekloppt, oder? Da ist jetzt, jetzt geht's aber rund hier. Jetzt geht's aber rund hier. Sind doch hier alle irgendwo in einer Ecke. Hier sind vier Leute in dem Haus drinnen. Nimm ich flaxen doch, da oben hängt einer rum. Guck, was das für Pussys sind hier alle, Alter. Moritz, grüßt dich, René, grüßt euch ihr Liebchen, guten Morgen. Wir haben Ausklärung online. Hier noch ein unten in einem Haus, in der Ecke irgendwo sitzen. Und hier halt den Rest. Den Rest der Sippis. Einer fliegt über uns. Und einer ist auch hier irgendwo sein. Wie viele Feinden denn da unten, Alter? Da sind viele Leute auf einer Ecke. Dicke, was mache ich denn da? Warum wechselt ihr denn zur Waffe, Dicke? Warum wechselt ihr zur anderen Waffe schon wieder dieser fette Wichser, man? Alter, leck mich doch, Alter, Junge. Sowas kotzt mich an, lieber. Sowas kotzt richtig an gerade. Scheiß Waffenwechsel ficken, Alter, Junge. Gehen wir so auf den Sender gerade, aber absolut, Junge. Absolut. Absolutly. Scheiß drauf, wir spielen die Waffen nochmal so, wie sie war. Was ist das hier für eine Jungle Queen, Alter? Cannabis. Cannabis über die Kinder locken hier, mit grünem Gras leuchtet Feuer. Oder was ist denn da los, Junge? Das ist doch wieder richtig abfuck. Richtig abfuck. Abfuck, Dudes. Abfuck. Abfuck. Sag mal. Ach, der bleibt locker, Alter. Das ist doch kein Spiel für mich, Mann. Das ist ernst, Digi. Verstehst du das? Bist du in ernster Lage nicht, oder was? Mann, 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 du. Was ist denn da los, Junge? Da Johnny dranhängen, oder was? Das geht ja auch schon wieder zur Sache hier alles. Das geht ja alles hier schon wieder zur Sache, Freunde. Oh shit, Bro, oh shit, Bro. Ich weiß nicht, warum die Waffe nicht mit der Tornung belegt ist. weiß ich nicht, warum. Eine gute Frage. Danny, grüß dich mein Lieber. Danny, Danny, wie soll ich das nennen? Brother. wir haben ja auch diese sprinten schießen wechseldauer drinnen und hätte ich mir noch anderen mit zv reingemacht bei den zugriffslauf weg lassen da gibt er noch mal gut damit zu das fenster Nase komplett zu! Komplett zu, du! Duuuu! Juuu! Wäsch, 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 Cousin! Jo, beruhig dich doch mal ein bisschen, Snow! Snow! Warte mal, Snow! Welche Wache ist was? Ich grad gespielt habe, die ich jetzt grad spiele! Lass da unten rüber, ne, krieg mal nen Headdy hier! Oh, ne, aber man zuckt nicht durch den der, Bro, Brother! Jaaaa! Komm, grüß dich mein... Hallo! Hallo! Hallo, Brother! Wie geil ist die Steals, die du jetzt hast? Das war grad die STG! STG und MB40! Das war so die Meta-Klasse, eigentlich! Eigentlich schon, kann man schon so sagen! Vorbereitungen beendet! Zeit für den Einsatz im Kriegsgebirge! Das kann man schon so sagen! Vielen lieben Dank fürs ganze Liken, Süßen! Vielen lieben Dank, Dudes! Was ist denn jetzt hier schon wieder nicht richtig? Yo, 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 yo! Moin, Cel und Abdi! Cel und Abdi! Am Moody! Ich hab's schon wieder voll verrissen! Ich muss unbedingt nach der Runden erstmal für meine Steuerberater schnell hinschicken, bevor ich's wieder vergesse! Obwohl ich's wieder vergesse! Muss ich es hinschicken! Ich rasiere, Digga! Ich rasiere schon! Aber Halleluja! Mikey, grüß dich! Jo! Moin, man! Hobsal, ich fettkohl, sondern hab' mal keine Waffe! Das bringt mir auch nix, das Geld! Jo! Hauptsache, wir haben zwei Claimers! Das ist natürlich richtig geil! Tja! Noch Geld haben wir schön zusammen! Oh, ich hätte wohl noch ne bessere Waffe! Machen wir jetzt auch ne MP5! War dann auch genau vor mir, habt ihr den laufen sehen? Der war genau vor mir, der Dude! Nehmen wir die immer mit! Nehmen wir auch die mit gerne! Oh, einer neben mir, genau close! Du erhältst deine Ausrüstung! Genau! Du bist zurück! Nooo! Man kämpft doch nicht immer so ab, alter! Scheiß Gammler, alter! Ja, da kommt der Nächste raus! Ey, es ist nicht normal im Spiel wieder die Kämpfer, Digga! Level 31, kein Prestige, Bro! Alles klar! Moin, Marcel! Grüß dich! Das ist schon wieder heftig, hässlich, Alter! Das ist auch schon wieder heftig! Hässlich! Oh, my man! Wie viel Kohle haben wir gehabt? 14.000? Da muss noch 5.000 da sein, oder wird? Absolut frecher, Digga! Der Feind spricht über dem Gebiet ab! Auf den Himmel ab! Feindliche Drohne ist aktiv! Jaha, ist doch gut, Bro! Ist doch gut, Oh, 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 oh! mit der gb angeheizt oder wird wo hat mich andere eigentlich abgeknallt, die blöde Sau, Alter Ach man, Alter, leck mich doch Ist doch gut jetzt Das nervt doch heute schon wieder ab, Digga, Alter Von allen Seiten kommen sie, Alter Alter, muss ich auch in die Aboguera reinmachen, oder waaah Die Runde wird auf jeden Fall nichts, Alter Letzte Runde, 15 kills, jetzt sind sie zwei Zwei und down Und die Waffe, die mal komplette Arme verdreht, wenn du anvisierst Komisch aus, denke ich, wieso nicht Das ist ein Bild komplett weg Ich feiere euch absolut nicht die Wumme Die Cardioren mitnehmen Machen wir hier mal ein bisschen Geld am Automaten Machen wir was raus hier, mir die Scheiße Klatscht hier Die 10 haben mich geärgert, aber richtig, Digga Aber richtig Sappert auch wie Sau, der Digga Sappert schon wie ein großer Trotzdem danke der Nachfrage Nur eine Kiste haben wir hier wenigstens noch drin, ne Außen, alles klar, danke, ciao Ne Gasmaske Keine Platten, aber ne Gasmaske Ah jetzt, der Automat gibt wieder Geld, glaube ich, Leute Ja Ja, ja, ja Give me money, money, money Take her Na, der spuckt da gut aus, hier, Junge Was ist das? Nino, grüß dich Sascha, moin moin Geht da oben eh noch, sieht das bloß so aus Da unten ist doch einer langgelaufen gerade Digga, kann ich hier ne bessere Wumme haben Also ne scheißgrüne Kaka, alter Darunter gesprungen oder was? Ne, der steht genau dahinter Dann müssen wir den erstmal so eine Gasgranate da irgendwie hinknallen Irgendwie sitzt doch die Gasgranate auch nicht mal richtig Oh Das sagen wir nicht, nein Wo ist er denn jetzt hingesprungen, der Gute? Ist er da unten, oder? Ist er nach unten gesprungen? Moin, Daniel, grüß dich Grüße Grüße, grüße Sind alles schön offen hier Den zwei Yeeps da Er kommt noch da hoch bei dem laggy game, bro So, wir brauchen immer noch ein bisschen Money Money von my cash Wir brauchen Lack, das game ist wieder abgekackt Geil, Digga Oh ne, ich will doch nicht sagen, dass ich das Spiel überhaupt noch zockele Momentan Momentan ist echt der Wurm drin Kackt das ganze game wieder ab, Leute Ne, ne, ne Geil Geil Geil, 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 geil Geil Immer wieder geil Mal wieder geil Mach ich denn jetzt du, oder wat da Mann, 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 du Es nervt doch nur noch ab bei dem Spiel, Leute Es nervt doch nur noch ab, Dude Machs glättbrief, reicht doch aus Machs glättbrief, reicht doch aus Psst 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 Mal wenigstens, weniger Bewegungstempo Rückschlusskonto, Bewegungstempo auch wieder weniger Hm Spielen wir den mal so Spielen wir den mal so, wenn es los geht, Freunde Wenn das Game nicht wieder aufhängt, wenn sich das nicht wieder aufhängt Können wir auch bei der mal das Ding drauf machen, an den Dreierscope Da haben wir auch kein Glint mehr, aber Das sind nur nigorenko tausendmal besser, ja Oh, jetzt müssen wir wieder warten, bis das Game ein Game wundert Holy moly Nebenbei, da gucken wir doch mal Was ist denn das, Alter Neues Game, or what Das sieht geil aus Kann man mal ganz kurz draufkicken Was ist denn das für ein Spiel, Leute 4K-Gameplay Oh, Alter Ja, kein Game, das ist einfach bloß aufgenommen, Alter Das ist einfach bloß in China oder Japan Aufgenommen, sieht auch heftig aus, die Grafik Das mal rein, Alter Die Grafik ist schon echt nice, Leute Können wir auf 2K hochstellen Wenn das Team mir nicht abkackt Soll ich das mal rein, wie das aussieht, Leute, Alter Übel heftig, oder, Alter? Ey, krass, Alter, oder was? Ist ja übel heftig, die Grafik sieht aus wie Ich live dabei bin, Junge Oder? Da komm ich grad nicht draufklar, Alter Heftiger Shit, Bro Heftiger Shit, Bro Also, da hätt ich nie gedacht, du Aber okay Krass aus wie ein richtig geiles Game Wollen wir hätten, doch So Moin, Patrick Stefan, grüß dich Wir warten wir grad wieder auf die Spielersuche Kann sich nur um Stunden handeln So, ich muss ja mich jetzt für die Steuerwahrern fertig machen, Digga Shit Lass uns auf Paypal gehen jetzt So brauche ich ja mein Handy Warum auch immer Aber sicher ist sicher So, und dann checken wir ganz kurz mal die Nachricht ab Die von Paypal Krieger Und zwar ist es Wo ist er denn hier? Äh, hier Zack Zack So Es gibt ein Problem mit dem Code Achso, das war der falsche Code Na gut Früher waren die neuen Nachrichten immer oben Jetzt sind es halt unten beim Handy So, war bewilligungsbedürftig Aber es ist so Warum finden wir jetzt kein Spiel, Alter Meine Güte Ähm Akzeptieren Aktivitäten Alle Transaktionen Die wollen wir doch tatsächlich hier etwas schon unterstellen Das Finanzamt, Alter Das ist eine Schweinerei, du Das ist eine richtige Schweinerei Ähm, herunterladen Geldwäsche, Digga Ich habe eine Geldwäsche Also Na, aber na, hör mal Hab ich gesagt zu dem Telefon Na, hört mal Wenn du alles haben, was ihr wollt Ihr Schweine Das haben wir jetzt runtergeladen Dann kann ich mich hier ausloggen Die Deutsche Bank wollen sie nochmal haben Alles Dann geht es gleich hoffentlich mal weiter mit dem Stream Mit dem Game Hier Die Deutsche Bank Online Banking Hier noch ein 706 Ah ne, das ist mein Privates Konto Wir brauchen das Geschäftskonto Ähm Das sind die Teige gerade schon geschrieben oder wird Ne Ne So Das ist das Game jetzt hier nicht los Find ich das nix mehr im Solo jetzt hier gerade oder was ist hier passiert Was ist hier passiert Was ist hier passé Nochmal nein Gold scannen Vielleicht nicht von heute die begeistert Ich habe nur den Code gescannt Muss ich das eingeben hier Zwei Zack Hier Geht es jetzt oder nicht Jetzt geht's Und das Spiel hat auch eins gefunden Na ja bitte Na bitte Maner Zulich auf 2022 Kontoabrechnung Was ist das hier? Kontoauszug Oder Laden mal beide runter Scheiße Ja So Dann loggen wir uns wieder aus Dann gehen wir auf GMX Und dann gehen wir auf Bad Teacher Und dann Auf E-Mail schreiben E-Mail schreiben An meine Steuerberaterin Konto Ähm Anhang Festplatte Downloads So Öffnen Senden Fertig Moin Sveni Grüß dich Alexander Martin Hello Hello Moody's Okay Jetzt sind wir ready For the rumble Jetzt meine Standard Klasse eigentlich geändert Ja, hab ich, hab ich diese geändert Ja, ba, da, da, da Ich bin jetzt gar nicht mehr so schlecht mit dem Nachtsig-Visier, Alter Erstens, ist es stabiler als das andere Zweitens, verruckelt das nicht so In Klammern stabiler Du hast kein Glint, was man vom Gegner sieht Und du siehst die Gegner auch von Weitem besser als mit dem normalen Scope Gerade in ganzem bisschen, Alter Das ist echt nicht verkehrt Ich mein, gut, der hätte noch ein bisschen heran sein können Wenigstens 3,6er, aber der hat ja wieder das Funkeln Das Funkeln, was wir nicht brauchen Das ist gross, das ist gross, das ist gross, gross, gross Mein kleiner Tippe Oh, der ist an der Oh, der ist zahltag, Leute Oh, der ist zahltag, Leute Oh, der ist zahltag, Leute Home-Town, oder what? Ein Homie-Töni Ein Homie-Tön Oh, Mann Ein fucking Mann Die wollen alle zur Geldkiste Marcel, grüß dich, Matze Moly Moly Alter Was ist denn jetzt denn los, Alter Habt ihr euch da abgesprochen, oder Was, Kinders? Papi, komm mit dahin Kein Problem Brauche ich natürlich nur noch eine Waffe Eine Waffenkiste Eine Waffenkiste Eine Waffenkiste Ich werd bekloppt Ich werd bekloppt Haben eine scheißgeile Waffenkiste gefunden Der andere ist ja nach hinten weggerannt Der andere, Alter Lasst mich jetzt hier nicht stehen, Döger Der noch da draußen rum, oder Was? Hä? Was ist denn noch denn hin? Soll man eh nicht durchkicken mit dem Thermal Wie sie noch so viele da Mo- Bro Hier ist echt da oben, der Wichser Ist seit ich da oben Jetzt sterbe War's das, Leute? Jo, Jo, Jo Glück haben wir die Gorenko Genauso Und nicht anders Der unten ist auch die Tür offen Jo, eine Kiste nur eigentlich Ist auch merkwürdig Brody Ich nehmt Armour Ich nehmt Alles klar, genau Neben mir ne Kiste noch Oben nennt Armour Sonst nimmt mich Toad Schon bin ich nicht mehr der Arme Der die Leute mit Liebespfeilen beschießt Was geht, Markus Mein Schöner Wie geht's dir, mein Guter? Ne Waffenkiste Jetzt komm, Rucksack Ne, ist nicht Wir können Platten kaufen Wenigstens was Ne, 24 will ich eigentlich nicht Oh, hier haben wir noch Rucksack hier Vor dem ist dann noch geil Leid's geil Dann können wir direkt Noch ne Drone holen Aha, aha Oh, der ist rausgelaufen Wo läuft der hin In welcher Richtung? Läuft ins andere Haus Das bringt mir gar nix Das andere läuft zum Auto Oder ist er im Auto Oder wo läuft der jetzt hin? Läuft die Straße rüber Ich mach trotzdem meine Kiste Also schneller Waffenwechsel Ist ja überhaupt nicht am Start Wo läuft denn der hin? Der läuft unten weiter Oh, einer kommt aufs Haus Zugelaufen Und der andere War auch nach unten Irgendwo drin Was ist denn hochgelaufen? Der andere Digga, jetzt ist längst tot sein müssen Bro Sowas beschissen Dummes Sowas beschissen Dummes Jetzt ist längst tot sein Bis rein in der Scheibe Da oben Mit deiner Lunge Flache Warum ist mit deiner Lunge los Digga Was ist mit deiner Lunge los? Erzähl es mir, mein Mann Mein Mann Ich hab mir das Gefühl Dass ich irgendwie Was in meiner Nase krabbelt Es krabbelt irgendwas In meiner Nase Haben wir eine Bunkerkarte? Ne Schade Alles schön geludet hier Nicht der Tote noch Von vorhin Können wir uns keine Erstmal in Covid vertragen Oh, das ist natürlich Nicht so schön Digga Wünscht sich ja gute Besserung In den milden Verlauf Junge Ne, das glaub ich Dass sich das nicht verträgt Hm Ich weiß nicht Wo hier ein Gegner Hat er also Excuse me Wir haben 2020 Hinter uns haben sie gerade geschossen Aber das war ja sonst die Welt weg Das war ja der Gullah-Bug wieder Wir haben auch eine Bunkerkarte Gefunden, Mann Noch mal ein bisschen Sniper-Munde Hier haben wir aber voll Da sagen wir nicht nein Binderer Perk Noch mal Kohle Nö, eine S-Mine Auch eine S-Mine nehmen wir auch mit Ich ja sehe Gerade jetzt Wenn wir im Bunker unten sind Zum Abdecken Meines Rückens Die S-Mine ist meine Rückenn Halleluja Ach der war im Bunker unten So eine Scheiße Der hat mir nix übrig gelassen Der Dude Voll uncool und so Der war nicht im Bunker unten Das ist ja noch besser Ich bin schon 20.000 Der hat ja im Bunker unten Der so viel Geld gehabt Oder hat die gespielt Sniper-Support oder was Ja, die BP50 Ich weiß es nicht Muss man nicht unbedingt Lieben haben Die Waffe, Junge Jo, grüß dich Mein guter Patrick Mal Zeit Mal Zeit Ja, die BP sieht man gar nicht Eine der wenigen Waffen Die rausgekommen sind Und kein Mensch spielt So richtig, Alter Hm, ich spiele es auch nicht Könnten die auch noch mal Sniper sofort spielen Die Waffe, aber Nicht so, dass wir noch Nichts mit Reißer mitmachen Tja, das machen wir nun Oh, einer ist meine S-Mine gelaufen Drohne Drohne beginnt Überflug Warum spielen es alle auf einmal Die BP? Ja, die einen Buff bekommen Dann mal oder was? Servus Dennis Grüß dich Grüße Ralf, mein guter Moody broody Noch ein Prezi Noch in die Kiste Hm Tja, why not Jetzt haben wir hier unsere 48.000 im Solo Und wenn wir sterben Und wenn wir sterben, ist alles weg Ja, und jetzt mal ein paar Drohne Und die Kiste schmeißen wir Wie eine mittige Zone Wenn wir es beseitig schaffen Und das ist gerade so eine geschossen Oder nicht? Sehe ich gerade nicht, Alter Und so wie alt wie wir haben Komm, scheiß drauf Drei Drohnen raus Wenn wir noch 30.000 über Hier ist eine bei den Dingern Ansonsten Auf wen schießt der denn? Ist der alleine der Dude oder nicht? Merkwürdig, merkwürdig Grüß dich, Mel und Maik, ihr süßen Hallo, hallo Hallo Jetzt guckt der Dude natürlich zu mir Am Quart haben wir auch noch einstehen Der hat einen Luftballon hier gehabt Den können wir hier einfach floppen, Digga Die Kiste müssen wir ja nämlich mitnehmen Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz Kriege ich das nochmal hin oder nicht? Wenn er seine Waffen holen, kriegt er nochmal schön Er ist mir nie eine Fresse Richtig eklig von mir Ich weiß aber Was soll ich machen? Nicht so esse wie ein Habe Die müssen wir aber irgendwann hinlegen Einfach hinschrubbeln, die Dinger So, jetzt gib mir mal ein bisschen Droner-mäßig was am Himmel Oh, hinter mir, genau Über mir Voll uncool, Digga Dann gehen wir hier die andere Seite hoch Ich muss die andere Seite On the other side Ich glaube, der will zur Geldkisch, der der Dude Ist der neben? Oh, der ist genau neben mir, Bro Wo soll ich denn jetzt hin? Wo wolltest du denn jetzt hin, Gräußer? Der ist doch da oben gewesen Ich könnte mich langsam anfreunden Oh, jetzt kommt hier noch einer von der Straße Von der Strada Oh, oh Der hat mich jetzt gesehen Soll ich dich dumm Wenn du eine Muni drin hast Runtergesprungen Steve, Sebastian, grüßt euch, ihr Lieben Haben wir einen unter uns im Haus Haben wir einen da im Haus drin Und der da drüben ist Man sieht ihn nicht Wo soll er hin? So wieder reingelogen Dann zu Hause, Leute Alles klar Jawoll Ein chinesisches Zeichen wieder Das gibt mir Kraft Ja, ist okay Ist okay, Bro Ich komme wieder Oder auch nicht Digger, warum schmeiß ich mich immer so weit raus, Bro Warum schmeiß ich mich immer so weit weg Von meiner Mama Muss ich erst mal das hier machen Und dann Als Hintergrund Sichern Beide So Ich meine, warum muss ich mich natürlich wiederholen Darko, grüße Was bin ich hier auf das Wort, wo ich gestorben bin War Jens woanders, oder? Das war das Haus, wo ich gestorben bin Und da oben drauf ist ein Gegner Ist ja auch abfuck Dann holen wir uns erstmal von denen die scheiß Waffen da hinten wieder Und gucken, dass wir damit irgendwas reißen können Eine Platte Hammer Wo unsere Waffen liegen, wissen wir auch Grüße dich, Dominik, meiner Mutti, Brodi Vielen Dank, 51 Sterne Egalchen, freu ich mich sehr Naja, das findet ihr Oh, der wurde abgeschossen Von dem Gorenko-Wichser Ist der immer noch da oben drin oder was? Im Haus ist einer drin Und ich habe keine Close-Waffe Hm, wo ist denn die andere Hand hin? Und wo zum Teufel liegen meine Waffen? Ich bin doch hier auch irgendwo gestorben Das sind meine Waffen, ne, die nicht hier Das ist sogar meine Waffe, oder? Ich weiß es nicht Der Dude hier gestorben war Hier ist eine Gorenko von dem anderen Dude Jo Warte mal Das ist seine Gorenko Das ist meine Gorenko, die da liegt Tja, hochjude, Alter Das ist aber auch nicht meine Waffe Das ist meine Das ist nicht Ich glaube ich nicht meine Amaguerra Der Dude will auch hier in der Mitte hoch Da kann man ja nur versuchen zu schneiden, Leute Und das geht's nicht Ist der schon da oben Noch nicht Noch Nett Bra D Was ist das? Wundervoll. Feindliche Drohne ist aktiv. Hier oben ist noch einer. Auf dem Dach wahrscheinlich. Nein, das ist meine Gorengo, Ralf. Meine. Oh, die Zone kommt schon, oder was? Gucken wir doch mal aufs Dach drauf. Der auf dem Dach drauf dreht, du, das kann ich auf dem Dach drauf, ne? Ne. Der ist unten, du, der ist unten. Aber wir können das Dach hoch, ne, würde wollen. Ne, würde würde wollen. Ab zur neuen Sicherheitszone. Gas nähert sich. Schlussverkauf abrief. Reise der Vorratsstationen wurden angepasst. Der Typ ist doch hier irgendwo unter mir drin, Digga. Der feindliche Drohne ist aktiv. Ist doch voll blöd. Ich habe ne Ghost. Das ist kalt, Stefan. Grüßt euch. Gut, dass wir keinen Einkaufswagen haben bei dem Breit, Alter. So ne Scheiße. Und ich kriege schon wieder Hunger. Und ne Waffenkiste unter uns. Mega. Das ist unsere Amaguerra. Warum hau ich mir jetzt so ein Ding rein? Warum hau ich mir jetzt noch ne Spritze rein, Digga? Was ist das für ein Scheiß? Warum ist die gedrückt, Alter? Junge, 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 Junge. Da geht's ab. Da wurde hier irgendwo abgesniped. Und ich weiß nicht von wo. Und wo wurde ne Dude abgesniped. Kann man das mal einer sagen? Ich weiß es nicht. Über mir ist auf jeden Fall einer drauf. Der wird witzig. Oh, der ist gar nicht über mir drauf. Der ist ja noch witziger. Digga, was ist das denn gerade von mir gewesen, Leute? Ey, Junge, die schossen wie ein Vollfotzenbengel, Digga, Alter. Junge, die könnte ich gerade abkotzen. Das ist ja meine eigene Dummheit, Junge, Alter. Also mal Noob in den Chat, bitte. Und bitte Noob in den Chat, Dudes. Ja, was mach ich dann gerade für ein Dünnes, Junge? Für ein Tünnef-Dünnes. Jetzt wohne ich natürlich auch schon über meine eigenen Waffen vorbei. Und die Zone ist auch jetzt da vorbei, Digga. Bitte Noob rein. Bitte Noob rein, Leute. Aber es kommt in meiner Kiste jetzt runter, oder nicht? Noob doch nicht mit N-U-B-E, Digga. Aber es ist ein... Ist Stefan dein Ernst? Jetzt reicht's aber. Stefan, reiße dich. Sind ja nur drei Kisten. Wird ja bestimmt keiner kommen. Hinten werden auch nochmal zwei... Vier Kisten. Ja, die schießen da hinten. Da kommt schon zu mir hier ran, oder? Oder was? Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche, verbesserte Drohne über uns. Aufpassen. Na, du, hin hier ran, Dette. Ich brauche einen dringenden Shop. Dann sind wir tot. brauchen platten ist aktiv Geistlich Kommen wir jetzt hier zum Shop ohne das Maul zu kriegen oder? Nein Spasti Jetzt hat er wieder Ghosts, weil er sich bewegt oder was? Wir haben keine Munition mehr, das ist scheiße Leute Ich bin vorher drauf, es kann doch nicht sein Digga Es kann doch absolut nicht sein, dass ich sterbe, alter Digga Ich bin doch vorher bei ihm drauf gewesen Ich hab doch keinen Schuss daneben geballert Das Game, wissen die manchmal, ob das wirklich an der Verbindung liegt, weil ich wieder 90 FPS hab, Alter Ich hab keine Ahnung Leute Schade bin in der Reha, wünsche ich aber allen viel Spaß Schokoladen Toast ist in der Reha Marc, Marcel, Hubert Asmin, Chris Ich hab keine Mahlzeit ihr Lieben Wir haben da überhaupt schon kommentiert beim Subtreib Wie seh ich das jetzt hier? Ich seh irgendwie gar nicht, dass er da kommentiert hat Ist ein bisschen er jetzt hier drin, Alter Bist du langweilig oder was? Wart der Langeweile oder was ist los, Junge? Langeweile, was willst denn du hier? Du Arbeitsloser Grüß dich, Digga Leute, wir machen doch eh ne Runde mit Boyka, äh du Und danach machen wir den Sub-Game Dann kann Boyka trotzdem ne Runde bleiben Dann kommen zwei mal rein von euch Aber ich kann nicht gucken, wie viel Leute kommentiert haben bei dem Supporter Ding Ich schau dich da doppelt und mein Stream oder keine Ahnung Kann das sein? Ach, 21 Kommentare haben wir jetzt hier Ich weiß zwar nicht, warum ich die Kommentare nicht sehen kann, aber Dann ist es quasi schon mal einer zu viel Muss ja schon mal auslos werden Aber wir lassen noch, ähm, die Kommentare bis zum Wochenende Also, guck mal, wer Bock noch hat Wenn es 20 Kommentare sind, ist das natürlich cool, dann können alle 20 kommen Wenn es aber mehr werden, müssen wir wieder auslosen Ja, müssen mal gucken Wie gesagt, denken dann alle, die zum Bock haben, zum Subtreff zu kommen Fünfter Elf, denn Schmellen Müsst das Video im Supporter Hub kommentieren Ansonsten könnt ihr nicht kommen Und die 35 Euro, die sind nicht für mich Weil das irgendwie von dem so rüber kam Die sind für euch selber Die bezahlt ihr für die Unterkunft Für Essen, Trinken, Bier, etc. Nur halt Schnapps müsst ihr euch selber mitbringen, weil jeder was anderes trinkt So Und jetzt, äh, ballern wir noch ne Runde Duru raus 20 dürfen kommen, genau Weil das ja, ähm, wo nach Personen da geht Und wär auch, glaub ich, schlecht, wenn jetzt jeder noch irgendeinen Partner mitbringt Dann sind wir bei 40, 50, das sind viel zu viel So malen wir das auch selber zu viel Ich will euch ja auch kennenlernen Und wenn man da 50 Personen da sitzen hat, dann kann ich ja gar nicht jeden kennenlernen Also, wisst ihr wie ich meine, dann ist ja bloß Tag und Tschüss Aber sich mit jedem einzeln zu unterhalten, also sich überhaupt nicht kennenzulernen Denk mal, das sind 20 Personen nicht zu viel und nicht zu wenig Was ist für ein Rekord, Sohle? Es hat sich klingelt, die ganze Zeit ist mir da, Bro Du, die ist gut 46 Kills, kein VPN Ich bin Vielen Dank. 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 Das geht ja jetzt gerade mal los, haben wir hier perfekt gekommen oder was, hä? Was ist denn der Bestie? Ich dachte schon, ich wäre hier schon dreimal tot. Was? Ja, ich habe eine Waffe, ich habe eine Waffe geholt. Ich muss mal was zu essen machen. Ich muss mal was zu essen machen. Ich habe einfach zwei scheiß Toast-Rinnen und da esse ich so, Junge. Ich kann die Zeit haben, mir was zu machen. Hier, ich habe noch ein bisschen Nase. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier ein bisschen Büffelkraut in den Schlund. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. ich habe keine langen schaffen kann nicht helfen über dir jetzt wenn man das kopf verliert an den auch noch eine das hieß oder wird über der eine ecke von maus war zeit flog rüßt sich darin da hinten noch um der dudel 08er lobby spielen ja aber nicht schlecht junge um 7 menschen ich sage da ich weiß ja nicht aber platten brauche ich dringend hast du mal eine heißen ja vielleicht da bist du hässlich oder da rück raus das scheiß ding matze grüß dich mein guter hat ein hit bekommen der eine nette kopf hier hin sind sogar die du zeiter wolltest du dich da jetzt hochziehen ja so gleich okay wo ist denn da hin läuft da weiter weg gott er weiß da ist er ich schreibe gleich von oben da kann ich snipen von oben läuft da unten lang hat schon zack dann machst du nichts großer kriegs kopen drauf ist nicht oder warte ich stehe mir daneben ihm kann das einer klippen please why not dude you can do das weg wir sind ein paar kisten der viele kisten muss ich mal sagen mein mann kann kann man drohne kaufen oder wo sind die krone und mittig drin klöp dankeschön mann vielen dank christian grüße dich mori mori kauf eine drohne ein renne ich weg vom shop brudi mensch großer ich hab doch gleich mal gesagt kauf eine drohne er rennt einfach los wie ein eingeschweißene schwein so direkt zum ballon eigentlich gehen denn die drohne raus pfeffern und doch bei uns hier direkt oder was die krone johol davon müssen gegner der läuft einfach da lang wie im bot junge das ist ein 08er lobby das war 08 auf jeden fall gerade er war lust ich habe meine drohne raus und doch fliege krone ist auf dem dach oben dicker da liegt auf jeden fall in der nächsten clip machen meine freunde damit die clips man nicht vollkrieg auf er wird lustiger hast du den holst du dir aber und dann zwar unter mir war noch einer ist wohl nicht wo malzeit basti mich immer die für den einen machen wollen und ja helikopter pflichter holikopter alter klippen klippen meine freunde klippse tüt der nächste stelle bei der coming dudes klipp 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 und teilt den schritt das ganz wichtig wir müssen auch teilen den clip ansonsten kann ich genau gucken und ich kann ihn auch nicht verwenden oder zumindest nagy kann ich für unsere montage verwenden soll ich drinnen machen ja mega noch money why not das ist ein geräusch gerade ein bombe oder wir müssen eh relativ weit in die zone rein bro oh der flugzeug digger ich geh jetzt krieger digger der rastig alter ne weißt wo da im haus ok er hat uns rausgesprungen digger steht hier schießt auf mich bro der kriegt jetzt einen aus dem maum mit seinem kessel jungen der nicht ansauber ist frage ich mich gerade digger schildbreak 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 über lauter typ euch jetzt rast dich aus jetzt rast eh aus also da ich meine wie viel wir spielen 08er lobbies da sind teilweise gar nicht dabei wie eine 1 2 oder 1 4er lobby manchmal achso achso ok ich spiele die denn ich spiele die denn ich bin doch alle den anderen lauft im body drauf auf auf ok und lass uns auch sein ok 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 dass wir so viel wie nötig sodass Lass ihn mal zum Seil wieder runter, wa? Ja. Ich gucke trotzdem mal in dem Haus. Kisten drinnen. Du stehst schon parat, oder was? Ja. Na dann los, scheiß auf die eine Kiste, die hier noch ist. Ich mach's drinnen an. Ja. Links oben hat der eine wieder, der Geek wahrscheinlich ist das. Bei dir machst du da oben, ok, wo ist der da? Auf Orange. Der fliegt, der fliegt selber. Also hat den jetzt noch getroffen mit dem Flug, das ist natürlich sexy. Ist der Schildbeck oder irgendwas ähnliches? Nee, gar nichts. Zwei Schüsse getroffen. Der fliegt hier vor mir gleich wieder runter, wenn das noch hinkriegt. Das bringt den aber jetzt auch nix. Lass mal zum anderen Seil noch mal hinten gehen. Dann können wir nochmal mit dem Seil hin. War ja noch oben welche gewesen. Kevin, Ronny, Thorsten, Läufgras, Sascha, Servus. Stefan, danke fürs Kompli, Junge. Brauche Aufklärung an meiner Pünche. Oh. Jo. So. Abicht, Beuger. Danke. Also den finde ich ja nicht nur unter dem Baum. Ja. Wir sehen, ja. Danke. So. So. Die zogen sind noch welche, ne? Na ja, wenn wir dahinter oder was denn? Oben im Haus beim Heli. Ja, ja, ich sehe schon. Hm. Moin, Andreas, grüß dich. Was macht der denn da, Bro? Komm hoch da, Junge. Jolla, Baby. Das Helikopter, das Rotorblatt, was sich so bewegt hat, Alter. Nicht snipen. Scheiße. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Er sagt, warte noch mit pushen. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Unten drinnen, oder? Unten drinnen, ja. Raketenwerfer, Digga. Was ist das? Digga, wie spielen die, Junge? Wat für Huren, Alter. Alter, das kann nicht sein, Bro, Alter. Ey, so ne Nuttenkinder, Alter, Digga. Sowas fuckt mich grad ab. Hau ab, Digga. Einfach, hau ab. Und Fotzenkinder, Alter, schon wieder. Kotzt mich an, so wird. Das kotzt mich richtig an. Ich hole mir kurz zwei Toaster in den Toaster. Ich habe Hunger, Alter. 안ent delen. Ich habe Hunger, Alter. Ich habe Hunger, Alter. Ich hab ihn auf. Ich habe Hunger, Alter, ich habe Hunger, gefließt. Ich habe Hunger, Alter. Das ist nicht eine Germeke. Ich habe Hunger, Alter. Ich habe mich nicht erwartet. dass ich die Geroke dabei sein. Okay. 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 Feinde landen im Einsatzgebiet. Er hat mich wiederbelebt, dicker, alter. Oh, Leute. Scheißen, Dreck. Ich lebe. Ich will mir gar noch zu Toast machen. Die unter dir, oder was? Ja, einen habe ich. Einer ist drunter geflogen. Markier mal, wo der andere Gegner nicht Waffen kriege. Hier. Lag der hier nur da. Ach, hier oben drin. Ja, ich sehe schon. Naja, auch nicht die besten Waffen. Wir haben Floorloot-Waffen, normaler halt. Besser, weil es gar nichts, Junge. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Ich hätte nicht mehr viel mehr Kiste kaufen. Noch ein bisschen Money. 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 Nach dem ganzen Tag. Wie eher aufhauen. Give me, give me, give me. Ey. War das auf dich, oder was? Auf mich, ne? War doch ein Schuss gerade bei mir. Wicke, ich hänge fest, Bro. Oben. Hure auf 1.000. Yes. Weis. Wicke. Wicke, ich hänge fest, Bro. rüber der gab es schon gewundert oder rucksack habe ich dann kriegt die kauft oder wird ja weiß oder neuse spiel ich ihn jetzt also ich könnte noch ghost holen aber nicht so dass sie so die besten waffen jetzt hier hatten die die kiste billiger kaufen könntest glaube ich denke du hast ja die kiste geht ja immer günstiger von zone zu zone deswegen hast du das gedacht da sind gegner unten lol alles klar der ist bloß chaotiker ich glaube ich fliege da runter wo liegt denn der fischer ist noch die könige kriege oder wenn wir im haus drinnen eine goldene korte doch alles folge großer jasmas noch mal prezi hier monikiste alter alles on muster haben sie denn hier gelassen alle da das leben nicht mehr viele die zwanzig stück noch und danach gehen die sub games oder könnte rein neuen versteht ihr das die supporter games kindern los mensch die zone kommt du bist mit der daneben groß als reise dich mal alter äh wie kann dude aber dann möchtest du noch ja kann ich dir noch ein selfie dann könnte manche trotzdem noch für selfie und drone restgeld habe ich nicht mehr alles nicht ich habe doch ein prezi ich habe ein braun ich habe ein prezi auch die drohne raus und nimm den prezi mit oder so die drohne raus und präsentiert ist wichtig da siehst du rechts oben die pushen nö die müssen ja gleich runter ich weiß nicht wir können auch die leiter hoch der dann rechts abfangen oder ja der eine ist schon unten der eine ist schon unten bro der eine ist an den waffen ding da unten in garage reingelaufen einer in die garage reingelaufen der eine von denen doch einer ist in der garage drinnen bro ja aber links oben ist auch noch einmal dicki komm doch mal mitbeuger dicker ach man alter fuck mich das ab dicker du hast nie mal nen hit gekriegt du hellsuse ach man das fuckt ab grad willst du denn machen dicki ich hatte doch eine wieder einstiegs tauchten wieso kann ich den nicht benutzen ja das ist doch ein bisschen nicht dicker wahrscheinlich schon rum dann muss ich die da oben bluten du hast 3000 aber es wird eng mit der zone dicker hast du spritzen zwei zwei sim ja wir haben schon 26 kills malzeit mati wenn meine waffen kriege ich nicht mehr wieder ich glaube ich will mir trotzdem noch nicht wo die sind die obendrauf oder was die kiste daneben decke einer einziger wie es aussieht ja die hat das mal was sind das für eine wache die schweizer die haben auch komische waffen gespielt aber besser als gar nichts waren die gut die du gepusht hast äh eigentlich nicht gar keine ahnung die haben bis zurzeit auf mich geschossen also schlecht wahnsinnig aber auch nicht gut ich weiß was wo die hin sind wo ist die frage ich hole mir meine gorengo klasse jetzt raus oder meint dass die da hinten sind ja ich hab die nicht gesehen wegmogen da ich hab die nicht gesehen wegmogen ich bin sicher bin ich mir nicht ich auch nicht bro aber die können auch unten nein die sind die leute nicht mehr im bunker unten das habe ich auch nichts gehört an dem ding da unten wir sind ja bestimmt den loben es leben nur noch vier leute bro das ist ein team muss noch dinge ein team noch zurück oh sniper ich sehe den schon ja einer hat schildbildung einer ist close bei mir dicker ich kann kotzen der andere hat ein schildbild gehabt kommt ach dicker fuck you der letzte glaube ich dicker ist der letzte rennt rum heil dich erstmal du hast gehärtet nice dicker 30 kills well played bruder junge wait played alter du hast das wieder spannend gemacht du hässlicher alter du hast das spannend gemacht oh ich muss mir meine Toast gucken die sind doch schon verbrannt oder die sind doch schon verbrannt häcklen gut mal mal runny GG 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hau meine Drohne raus. Wir haben Aufklärung online. Jo, da hinten und hinter uns auch noch mal zwei, Alter. Wollen wir jetzt da holen hinter uns die zwei? Ja. Lalalalalala. 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 Das sind nicht zwei. Das ist ein tolles Team. Okay, das sehe ich jetzt auch. Ist markiert. Ist markiert, Meisgen. Oh, blau, ja. Ey, mit was schiesse ich da ruf? Einer ist K.O. Boiki. Ich geb Fuschen, glaube ich. Einer raus. Einer noch. Hab noch einen Nock. Noch einen weg. Okay, voller. Holt ihr halt. Da. 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 Einer muss noch irgendwo sein, Leute. Da lag noch ein Rucksack irgendwo hinter mir, glaube ich. Aber ich weiß nicht. Dankeschön, Timo. Schnuckelhase. Vielen Dank, meine Maultasche. Ist das Gott der Volker geworden? Jetzt hier klingelt bei dem Dude an der Tür. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Da. Und da. Und da. Weihnachtsbäckerei. Manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch. Eine riesengroße. 30 Sekunden, Beuger. Da geht die Zone los. Und hier eben anders ab. Wie so ein Yachti wäre, Digga. Wir müssen auf Borke warten, Dude. Wir müssen auf Borke warten. Moment, der ist ja da. Sehr schön. Das ist knapp hier. 9 Sekunden, Diggi. Dann wärst du weg. Hätte ich nicht tragen können beim neuen Warzone. Hätte ich einfach tragen können, wenn du nicht drauf wärst, Digga. Ich hätte ich nicht tragen wie meine Zone. Ich hätte mit den letzten Tropfen Schweiß in die Zone geschliffen, du. Du Nager. Let's go. Lass mal zum Seil gehen. Am Seil. Leute, Seil. Seil, ja. Wo ist das denn? Das Seil ist hier. Hier, Melle. Unterwegs. Ah, Mensch, ich kenn das. Alex, nicht singen, ja. Ich weiß, Urheberrecht in Co. Wenn wir irgendwie sang. Wenn wir im Sprecher sang. Guck mal die Drohne raus, da Boyki. Hier. Auf den nächsten. Oh, unter uns. Unter uns. Oh, die läuft da unten lang. Mal gucken, ob wir die snipen können. Jopp. Jo, in der Luft, Digga. Plüppset, Dudes. Plüppset. Da drüben noch. Oh, da drüben sind auch noch mal welche. Jo, mehr als genug, Alter. Ich glaube schon mal schreckt den Berg, dass wir die so abfangen können. So ein bisschen. Wiederbelebt. Zweimal wiederbelebt. Die müssen eigentlich auch aus der Luft kommen, die anderen Dudes. Geht bloß nicht aus der Dreckflecke auf meinem Monitor, Alter. Sind immer aus wie Gegner. Da hinten sind sie. Auf dem Dach oben? Hat er einen Hit bekommen, der Dude? Der läuft hier links weg. Er ist links weg. Die müssen jetzt alle kommen. So ein bisschen im Mödis. Schild weg am Auto. Schalte das leichte Fahrzeug aus. Dann immer die Welt. Feindliches Leben verfolgt deine Position. Ist ja noch einer hinten drin oder was? Ja. Die Zone kommt. Die Zone kommt. Denk dran. Date Break. Hast du den, Boiki? Ja. Dann sag's. Reicht mir, Mann. Reden! Boika, reden! Nee, das ist nicht mehr lange. Dann ist es fertig vorbei. Denn reden ist manchmal selber. Ansonsten frisst der Blei. Wo sind die anderen überhaupt hingeflogen? Hingegangen von denen? Wollen wir mit dem Auto noch? Der hat einer noch drin gesessen oder nicht? Und haben aber mindestens ein Team. Hä? Wie viele Kills haben wir gemacht? Das war doch der erste oder nicht, Leute? Oder haben wir jetzt noch einen anderen von denen weggeholt? Äh. Hier. Drohne. Alles klar. Drohne beginnt Überflug. Seht doch den Dude da. Seht doch den Dude da. Mahlzeit Christian Stugi. Ich hab keine Muni. Steht doch ein Schild da oben oben. Na, das passt ja zu dir. Ja, Klaus? Das passt zu dir, Mann. Licht aus. Licht aus. Lächter aus. Lächter aus. Ich kann die Muni rauslegen. Wenn du eine Muni brauchst, kann ich sie rauslegen. Ja, gerne. Leg ich 210 Schuss raus. Und diese liegen da. Ja, wo sind die jetzt hin, Alter? Ich hab schon mal nicht mehr drauf geachtet. Sveni, grüß dich. Hab ich. Hab ich. Wo sind die anderen? Auf dem Dach? Liegt runter. Dicker, ich muss ihn noch treffen, Bro. Einhielt er steht still am einkaufswagen und ich treffe ihn nicht Manchmal ist der 2 3 mal wiederbelebt oder einmal ich will nicht wie oft genau da würde ich ja nicht nur dass das Gope ein bisschen näher ran ist und seit nur ein dreier scope dafür Da oben da unten was er nun erzählt so ein quatsch hier alter willst du schon wieder biefen junge wo sind die wichser Sorry sie wichser wieder wiederbelebt noch mal gerade Was ist einfach noch gerade eben immer noch das ding gewesen Kann das eine annehmen leute groß will dir Melle kannst du das groß will bitte annehmen Markiert meine kleine unter dir unter die emelle Kann ich Danke So Freunde Großwild ist da hinten irgendwo Das zieht sich einer Achso das ist einer von uns Dann lass uns mal ich zieh mir auch mit dem Seil Wollen wir zum Großwild fliegen oder was Oder wo wir mal hin zum Großwild oder nicht Dann fliege in die Zone rein Ist doch gut Willseuse Alle grüße dich Diggi Wiederbelebt haben die Die laufen da unten Ich glaube ich fliege da hin oder ich bin mir nicht sicher Aber Da unten fliegt noch einer unter mir Drei Leute gekillt Schönen Schönen Kleiner Flug Voice Schönen Klammer Mö Klammer Sie hat sich hingezupft Der Dude Kicker Jetzt treffe ich ihn nicht, oder was? Hinter uns kommen die noch alle? Müssen wir mal drauf achten. Ich sehe sie! Dicker! Ich bin doch genau drauf manchmal. Du darfst sie dir dann nicht so schnell schießen mit der Gorenko, anscheinend. Dann triffst du gar nichts mehr, meine. Ich habe ihn noch abgehauen von denen, oder was? Genau das Kopfgeld hier ist abgehauen. Wo ist denn der Dude genau, Alter? Mit Zelten da unten, oder was? Feindliche Drohne ist aktiv. Wir müssten ja nicht alle Ghosste. Was machst du denn? Wie viel Mutti verschießt denn du schon, Alter? 210 Schuss schon zweimal, oder was? Du krankes Schwein. Ich hab's ja alles rausgelegt. Er ist im Blutdorst-Modus, der Boyki. Kopfgeld läuft weit ab. Ich will schon gerne, dass die irgendwie wegknallen, noch die Dudes. Aber ich sehe auch nicht, wo sie sind, wenn ich ehrlich bin. Orange Marker? Blau. Ach, blau. Na lol. Da hat er wiederbelebt. Das Kopf läuft jetzt auch gleich ab in 10 Sekunden. Da fliegt schon wieder einer runter. Einer Chillbreak. Kommt ihr mit zu uns, oder was macht ihr da oben? Let's go. Ja, das ist doch ein ganzes Team. Volker ist im Blutrausch. Oben, oder unten? Die sind unten im Bunker drinnen. Da kommt man jetzt hier irgendwie hoch, oder was? Der Dude ist unter uns. Der will zur Zipp, ja. Ja, der wird sich auch zippen wollen. Sauber. Hallo Benni. Die Zone. Jawoll. Wir werden auch mit der Zip-Line fliegen, Leute. Ja, ich kann hier oder hier nochmal eine Drohne nachkaufen. Gerade auch zufliegen mit dich rein. Das erste Mal. Ja. Mahlzeit, Sascha. Grüße. Da unten ist der Ende. Gut gesehen, Bro. Shitbreak. Zweimal getroffen. Der Gorenko. Warte, ich komme. Ich brauche eine Bunker-Rucksack. Bunkerkarte und Rucksack. Ich bin da vorne dann auf jeden Fall Drohne kaufen und Co. Da laufen welche hier. Ich bin die halt nicht richtig. Ich bin mit meinem verwurten Dreioscope da. Aus dem Glück sehen die mich auch nicht, weil die keinen Glint sehen. Meine Freunde. Ihr könnt eine Drohne gerne kaufen, Leute. Ihr habt Geld. Ihr habt Geld, Melle. Für eine Drohne. Geld. Hier ist der Shop. Ich lege Geld raus. Ich kann sowas nicht machen. Kannst keine Drohne kaufen, Melle? Also jetzt reißt du die aber mal langsam zusammen hier ein bisschen. Also ich aus wie der Butler von euch. Oder was? Komm, kauf du einen, Alter. Reiße dich. Ich möchte dich. Du musst. Du musst. Hier liegt noch ein Cluster denn. Kann ich mitnehmen? Ja, kann ich mitnehmen. Das kriege ich hin. Dann Benni hier nimm. Komm mal her, Melle. Dann nimm du mal hier. Nimm du mal die Drohne. Nimm die mal mit. So, oben links sind auch noch mal Gegner. Müssen wir mal aufpassen. Hier. Und vor uns halt die anderen sind auch noch hier, Alter. Wir könnten die links abfangen, ja. Vor uns sind die auch relativ knarrrandiger, die vor uns sind, Bro. Hau mal deine Drohne raus, Melle, nochmal, bitte. Hau mal die Drohne raus. Hau mal die Drohne raus. Da, wo wir gehen. Im Haus vor mir ist da noch einer drinnen. Im Länglichen. Und oben auch noch mal wiederbelebt. Leute, komm, 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 komm. KOMM! Mein Gott, Alter. Fuck you, ey. Du Scheiß-Game, Junge. Geh' noch mal zum Shop zurück, bitte. Bitte, please. Zum Shop bitte zurück. Zum Shop bitte zurück. Zum Shop bitte zurück. Lauf, zurück. Lauf, Forest. Lauf. Das riecht an den Binnen. I doubt it. Das riecht nach... ...harten Sex. Wasserberg, die Ladies first, ne? Spaß. Naja, aber... ...aber... ...Mali. Nimmst du Geld? Ich komm runter. Ich kann sie noch holen. Ich brauch' mir erstmal wieder Waffen. Ich brauche meinen Gorenko ganz dringend. Oh, ich bin da vorgestorben. In die Richtung muss ich auf jeden Fall, Bro. Deine Welt. Es liegen ja bloß noch 5 Leute. 4 Leute, Alter. Ne, 5, ja. Können wir zur Kiste? Naja, in die Richtung zumindest könnten wir eigentlich. Mein Loot liegt hier vor mir. Da bin ich gestorben. Geh jetzt einfach zur Kiste. Ich komm mir da, glaube ich, gehärtet raus aus der Kiste. Hier ist noch ein Rucksack. So, wo sind denn die hinten da, die Borschen? Hier oben. Dicker. Dicker. Kitschi. Wisst ihr was? Da mach ich einfach ein Prezi drauf, weil es mich absolut hart hängt. Absolut hart ranhängt gerade in diese Scheiße hier. Natürlich treffe ich da nix. Na klar, der Prezi drückt nix. Jetzt einer, Kao, da. Da und da. Ja, Sniper von oben. Ich weiß nicht, von wo. Da oben liegt der Sniper. Mund zu Mund brauch ich. Melle, läuft doch nicht da rum. Da sind doch die Gegner hinter dir, Melle. Mann. Du lässt genau mit dem Rücken zu. Eben, den noch ab da oben, Dicker. Ey, was ist los gerade, Mann? Ist doch nur ein einziger, der auf den Cheese-Card. Ja, noch ein volles Team, Digga. Ein volles Team. Es sind noch vier Leute, Digga. Aber einer, der auf uns geschossen hat, gerade nur von links oben. Die anderen, der rechts am Einkaufswagen. Einer hat den Break, hier. Komm. Lauf weg da, Junge. Hau dir Platten rein. Das ist noch eine Gasmasse. Läuft das Openfields hinterm Haus, still bleiben können, Bruder. Spritzen ohne Ende. Komm, du machst den Move, der Move ist nicht alles in deiner Hand, Bro. Drei Leute sind es noch. Bodenstil hast du auch noch. Und Spritze. Nein, nein, Volker, machst du bitte in der Sonne, ich, Digga. Bist du aufgeregt, Volki? Du machst das, du machst das, Diggi. Rechts noch einer neben den großen Steigen, closed bei dir. Kannst du nichts machen, schade, Alter. Schade. Äh, ärgerlich gerade, Leute, ärgerlich. Hätten wir reisen können, die Scheiße. Dann ist meine Schuld. Naja, ihr wart dabei, Herr Muggis, ihr wart dabei. Ja. Das ist die Hauptsache. Alter, ist doch nicht so schlimm, Mensch. Natürlich, ihr Lobby. Ich brauche jetzt mal was Süßes noch, aber ich habe nichts Süßes mehr daheim. Nö. Nö, nö, nix mehr da. Nix Süßes mehr. Gar nix mehr, ne, leider nix mehr. Heike, grüße ich. Ganz okay, wie geht es dir, mein Guder? Aber ich gehe doch noch mal ne Runde Sturmgewehr, Leute. Keine Runde Sturmgewehr. Ich setze mal noch ne Runde aus, Alex. Okay. Alles klar, Brody. Wenn dann später noch Platz ist, komme ich gerne noch. Na, aber machen wir. Okay. Bis dann. Wir hören uns, bis dann, der Digi. Yo. Tschüssi. Tschüüüü. So, ihr klasse, wir haben ja schon STG Klasse drin. eine welt in die berge äh muss Boykli weg oder? mhm achso hab ich nicht gehört grüßel hallo Mario grüßi Schnucki das ist schön zu hören das ist schön zu hören die saos Dave grüß euch grüß euch grüß euch noch jemand lang geht tschüss wir waren auch gerade drinnen du äumelkopp ja aber ich bin ja auch gerade rausgeflogen gewesen warte doch erstmal ab und vielleicht sowieso noch ein anderer kommt schild mal kurz eure klöten roll da einfach ich geh schon mal raus mal wenn Kinder kommen dass wir nicht verstanden oder verstehe ich nicht aus dem maul melle reicht schon wieder ja ja du lässt er dir nicht man muss immer auf die draufhauen das ist scheiße ich will ja noch nicht mehr mann 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 kommt noch einer reihe von den subs ja oder nein schreibt es mal kurz in den chat ansonsten könnte man starten nach unten startet mal ich wünsche euch viel spaß melodido servus 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 oi ein taktiker mann yeah thank you very much digga den crew warum kannst du nur zugucken mark was da los junge ewigkeiten her einer von euch erschickt das headset extrem aus gerade bei noah alter grad frühsport betrieben oder was mein guter digga vor allem im frühsport um 13.10 bro alles klar halleluja halleluja antralange kein betrifft kälte und kopf wir haben gerade revert solo gespielt gegen nichts oh ok krass dann mal gute kopf ey gute kopfschmerzen alles klar digga ich hab mal gute besserung mal gute kopfschmerzen wünsche ich dir brauche und da los junge wenn man auch das ist auch viel wie du sie auf youtube her kannst du noch bekloppt werden und so tage ja komm 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 du 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 komm ja 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 muss ich aufpassen der musik hier du wirst altmark naja klar unsere wechseljahre mein guter nicht immer alles so einfach wie es mal war das game hier es geht auch nicht los geht auch nicht wechseljahre hier alle die bleibt auf jeden fall aber haben wir da vielleicht einen rahmen zum rahmen wusste ich ja nicht oder sowas gibt gegen der erste zuerst oja bombe schweizend schweizend das kämen sie mal los oder wird passiert dazwischen wurde jetzt geht es los hier ja also gleich kennt keine ohne mit 73er bin gehen das steht auch immer da beim suchen junge damals denn wenn sie zimmer los sind sollte jetzt gerade noch daran gedacht die standardklasse zu ändern heute gerade noch so was ist denn das hier es legt auf jeden fall in der vorrunde hallo latex 43 noch das falsche magazin drin oder warum halter das macht er da auf jeden lauf braun das verzögert melke sübel bro kannst du gar nicht spielen die schule ist mir was grüß dich das ist nicht so freunde Gehen holen hier raus. Hier, hier, nach raus, wo wir reingekommen sind. Ah, dann grüße, grüße, Michael, Daniel, hallo, hallo. Alter, das Wetter ist schon wieder heavy, mittel. Oh, ich habe das Rasenmähen angesagt. Ja, darauf ist ein Main. Ja, 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 Select auf jeden Fall ein bisschen. Wenn keiner mitkommt, aufteilen, ihr wisst wie es läuft. Jawohl, Manners. Okay, bei uns oder sind die geflogen noch? Die sind echt bei uns da hinten. Tatsache. Select bei mir gerade extrem schon wieder. Ich weiß noch nicht warum. Naja, dann gehe ich mal hinten als im Kopf hier, würde ich sagen, Alter. Wollt ihr mal eine Platte rein, Benjamin? Die laufen nach hinten weg. Dann laufen wir hinterher. Die ficken wir jetzt. Läuft das immer noch da, der eine oder nicht? Einer ist gerade nach hinten gelaufen. Dann läuft der noch vor mir hier. Okay, das ist cool. Okay, nice. nur keinen Job hier bei uns. Das heißt, unsere Leute kommen eh gleich runter. Da haben wir eine Tankstelle ein. Er steht ein Helikopter, da will ich hier ungern hin, Alter. Kommt eh gleich das Lodi runter, Leute. Hinter uns natürlich wieder ein Lodi, ein einzelnes. Naja, sicher nehme ich das noch, Olli. Wieso fragst du? Und soll ich das nicht mehr nehmen? Den geht es seit dreiviertel Jahr, ja ungefähr. Mein Nasenkraut. Kopfgeldauftrag ist sichtet. Geh den holen. Da können wir alle hin, da sind ein Team großer. Da ist eine grüne Kiste gelandet, eine grüne. Eine grüne Kiste ist da gelandet, okay. Oh, jo. Ein Lickerdron ist unterwegs. Können wir die aufmachen, oder was? Wird ja nicht sein, müssen wir Olli. Noch eine Chest. Und wieder Einstieg. Oh, ja. Die sind da unten. Da haben die auch eine Drohne rausgehauen. Das heißt, die wissen schon, dass wir kommen. Die haben Ballon gebloppt gerade. Die haben das. Ein einzelner nur, dicker. Ne, da unten ist noch einer. Okay. Dann noch's vor uns geflogen. Na, hier ist einer. Friede ich. Hopp. Alter, der ist im Bunker, glaube ich, drin. Nein, der ist ja nicht. Der ist oben, über dem Bunker. Hinter mir, Leute. Leute, jetzt kommt doch mal. Wie kann der hinter mir auf mich schießen, dicker, alter? Ey, das ist nicht Wahrheit. Ich krieg' kotzen gerade schon, würde. Hinter mir noch einer. Da kommt einer, Bro. Junge, es ist euer Ernst. Meine Fresse, alter. Fuckt mich das ab. Wie können die denn von hinten kommen, wenn zwei von uns hinter uns sind? Ich fass nicht. Ich könnte kotzen gerade. Fuckt ab die Scheiße. Digga, nee. So ein Fickscheiß. Alter, kommt da hin. Knall den weg da. Let's go. Hab doch keine Panik, Mann. Das ist ein Einzelner gewesen. Nee, sicher. Benny, wo läufst du hin, Bro? Keine Ahnung, sag dir mal was, Junge. Das ist da hier nicht meins. Ich werde noch bekloppt. Ja, oben wieder, alter. Von oben, vom Berg auch. Ich könnte gerade richtig einrühren in die Schüssel, Junge. Wo sind denn die Leute? Ich seh nix am Berg. Jetzt schießt er wieder von rechts, alter. Wie geht denn das? Mein Gott, Digi. Fickenfett. Fickenfett. Ach, beruhige dich, Mario. Alter, reiße dich zusammen, Junge. Kriegst du ne Kopknuss gleich. Nee, lass mich liegen. Lass mich liegen. Knall den einer nach oben, einfach einer weg da, dem Bastard. Ach, der ist in den Büchern drin. Siehst du nicht. Der läuft jetzt echt weg, oder was? Ich fass es nicht. Ach, nee. Nee, Leute. Da muss ich gerade ruhig bleiben. Da muss ich richtig ruhig bleiben, mir gerade. Schwarzes Kinn in diesem Gebüsch. Auf dem Berg. Platten. Ich knall den jetzt oben, welcher, alter. Ich knall den jetzt da oben, welcher. Irgendwo muss er da liegen, ne Affe. Ist der noch oben? Nee, jetzt auf dem Dach ist der da drauf. Nee, oben ist doch nur einer hier. Quatsch. Oben ist down. Der war auf dem Dach, der war auf dem Dach, der ist ins Haus reingelaufen, ist der hier. Nehmen wir neue Position ein. Nehmen wir neue Position ein. Nehmen wir neue Position ein. wir lassen uns ja mal zum shop noch mal hin hoch zu dem shop am besten ja bedrohung ist wieder real oder was die was ist also den hoch zum shop jetzt hier auto kommt hier schon mal zum shop belebt man bitte wieder als die krank kommen kann ich die karre abwachsen die führt nämlich jetzt hier oben lang ist dann noch zum mutier bis dich mit einer guten karre junge ja vielmehr an der schreie bleibt locker aus dem gelben da kann ich dann werde ich komplett abgedeckt Dann hätte ich hier wieder so rumgespringen wie so ein Assi Beruhig dich, das ist doch nur ein Spiel, Mann Na, im Auto sind sie Na, im Auto oder was Na, 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 na Ihr müsst euch alle ein bisschen mehr zutrauen, Digga Sobald ihr einen Gegner seht, rennt ihr alle los Einfach mal draufschießen da auf die Dudes Nicht immer wegrennen Das macht ja viel mehr Sinn, hier oben ist der Dude Der runtergejumpt Ja, Sniper ist auch noch da Ist doch geil, Digga Und treffen tut er nix, oder was Das ist so schlecht, Digga Drei Schüsse hat er gebraucht, er liegt vor mir, Junge Ich leck mich fett Haltst du mich wieder kaufen, hast du noch Kohle, Bro? Na, 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 na Haltst du mich kaufen, Benni? Ja Über dir genau, Dave Untergesprungen, Dave Wissen die, dass du da bist? Danke Direkt im Haus Aber wissen die denn, wo wir schon wieder sind? Alle, alter, Digga Ist der Sniper noch da rum? Schildbreak, der Dude Ist ja unten lang gelaufen Ach, das ist schon ne Runde Im Einsatzgebiet Wo denn, alter? Jo, Digga Ist doch gut Über dir Der ist blind Kommt zu mir gepusht Das war nicht, wo der Runde Das ist ja nicht so eine komische Waffe Von irgendjemandem aufgesammelt Überhauptkühlen Das war Lobby gerade gewesen Schon wieder, Alter Nun machen wir nochmal neu die Runde Die machen wir nochmal neu Nochmal neu Bis zum nächsten Mal Das ist schwierig Leute, schwieriges Interfangen hier, Roland. Da müssen wir gerüchtet bleiben. Da müssen wir gerüchtet werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oben? Weiß ich nicht. Oben war keiner. Der stand am Berg links eigentlich. Ich werd anvisiert, oder? Ja, ich auch. Und wo, Alter? Ich glaub das gelbe Haus. Links neben uns, glaub ich. Oben, oder? Kann auch sein. Ich weiß nicht. Ich gucke gerade mal. Hier oben auf der Straße läuft einer. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Oben am Shop. Wurde immer gekauft, glaub ich. Aktivität. Bist du da irgendwas, Benni? Nee, ich seh nix. Die Runden laufen eigentlich ans Jude, Muni. Eigentlich ans Jude. Das ist bei mir Lackzeit die ganze Zeit schon so eklig. Panzerraum! Sofort aufnehmen! Ne, ich seh auch nix. Mal Geld rauslegen, bitte. Oder kauf ne Drohne ein. Wir haben Aufklärung online. Links unten wieder, Leute. Die anderen zwei sind echt lila mark, oder wat? Lila mark, huh, dude? Die laufen berghoch. Berg hoch, ja. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Da ist K.O. Der andere hat gewählt. Auch K.O. Sauber. Die Rucksäcke noch. Stabil. Stabil, Herr Baby! Let's go! Aue, aue! Das tut so weh, du. Das tut so weh. Sascha, grüß dir. Meine Sonne, grüß. Oh, was vor und schießt er noch jemand? Wir haben Aufklärung online. Aue, 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 aue. Schitter. Wo ist dein Body hin? Hinten die Wildcard hinten noch an? Nämlich schnell noch eine Schafe. Da fighten die ja auch noch. Da sind 4 mann. Wo denn, wo ist denn da? Wer lila oder wat? Auf lila hier, jaja. Links ist die Wildcard, die versucht ich zu holen. extrem viele heißt extrem viele kills für uns mein guter manchmal ja auch nicht so ist ja nicht übel worden merkel zu alle anderen wo rennt denn die scheiß weit gott ihren zeit hin alter noch das über eine ran ich hab den gott gesehen wir sind gerade alle aufgeteilt ich habe gesagt ich verfolge das dinge hier das kopfgeld ich komme aber kann man aber gerannt wie ich noch nie gerannt bin aber nur jedoch was ist jetzt los bei mir ist das game aussehen aus ich sehe gerade nichts mehr leute am schussverkauf haben wir hoffen der stream ist noch an leute ich wir sind gerade nicht ich könnte meine drohne kauf an dem shop an dem ja ich sehe schon unter mir sind die genau klaus hol ich gleich da drinnen unten im haus oder wo habe ich gesehen habe ich gesehen habt ihr den ja sauber müssen eigentlich die drohne einkaufen kommen drohne einkaufen hier vor mir vor mir vor mir warte 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 hä schön hier hat kein job doch hier ist noch einer holt euch eine gasmaske und alles leute ist gerade naja holt ihr das selfie digger ach du hast schon ein selfie ich nehme noch eine drohne mit gasmaske kaufen dann nehmen wir das kopf können wenn es geht läuft doch einmal so schlecht ja alles noch da alex ja alles noch da wie meinst du das ach so stream jetzt ja ja danke für die rückung vor digger ich sie es nicht von mir ich stelle die frage und zwei sekunden später ist vergessen der kopfgeld ist unten ja danke für die info ihr lieben vor uns sind ganz schön viele wieder am udis hier fünf leute wöhnung blutti aber der wird eh bald nicht mehr laufen jetzt ja ausnutzen nochmal den ganzen noch mal gas geben hier nochmal richtig mal anständig weg sprayen duuuz 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 fuchtig richtig richtig und wichtig Du die Leute komm pushen Leider habe ich das nicht hingekriegt Und ich weiß auch nicht wie das gehen soll Aber irgendwie klackt das ganz komisch Ich weiß nicht Deine Mutter liegt doch immer noch da im Pin Keine Ahnung Digga Immer beim Zooladen nochmal nachfragen Anrufen am besten wo wir es gekauft haben Wir müssen das Wir fahren ja dann heute eh nach Radar hin Na wenn du deine Schildkröte runden willst Obwohl du noch das Wasser nicht gefiltert Das musst du wissen Ich auch Na die brauchen aber gefiltert das Wasser Ja das geht auch immer schnell Das geht schnell? Ja Wie das ganze Wasser gefiltert ist Ja Na du musst mal bei Google nachlesen Aber ich hoffe dass sie dir das erklären können da Digga Ist doch guuuuut Komm schon du schaffst das Komm schieß mich weg da Ich will mich kaufen In den Shop da oben Lass da rüber gehen und dann Lass zusammen rüber gehen und dann noch Ruhig brauner Mario alter Einfach die Gusche all dem Chat Digga Das fuckt gerade ab so was alter Ich kotze mich einfach an Und das war noch komplett ruhig Das war noch komplett Ruhe war das doch Junge Komplett die Ruhe Ja wenn wir abticken würde ich den Satz verstehen Ich kann hier noch einen Loadout kaufen Ja das Becken ist ja schon eingelaufen Ja bloß die Pumpe sind die angeschlossen Digga Wo ist die Teezer schon eine Kiste? Schau auf die snipen sonst Digga Mahlzeit an die Ich bin eine Kiste gekauft Ab Digga ich werde schon wieder angeschlossen von da oben Ist doch nicht normal alter Ja sorry Ich habe eine Plattenkiste Ich muss hier droppen bei mir Hier Hier ist Panzer weg Einen habe ich K.O. von denen Digga von wo denn noch Mann Alle auf dem Tower Mann Alle auf dem Tower Ja Ach komm lecker Mann Jo ist doch okay ihr Assis So Platten für mich noch nur Ja hier ja ja Bin unten bin unten Ja dann komm ich wieder runter Liegt auch noch eh ne Sauber Hast du ne Sniper Muni für mich? Ja Da drüben sind auch noch welche Danke Hast du noch was? Ne alles gut danke dir Da drüben waren auch noch welche gegenüber die geschossen haben Ja und die Alter reißt die Alexander und tschüss Und tschüss Alex Bye Schön dass du da auch warst Wo sind sie denn hier die Jensen nattern äh da Ja wir müssen jetzt eh was auf dem Feet laufen Ja 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 Ich hab ein Bayonett dran merke ich grad Da oben fliegt einer Der liegt natürlich jetzt auf dem Dach Da fliegen alle runter Links rum Hier Digga Ja ja ich hab zwei Chaotika und ein Schildbreck da oben Hast du nen Prezi oder irgendwas? Ne Die sind genau auf dem Dach drauf Drei Tote fast Und da oben ja Okay Ja Ja die sind schon ein alles anderes Team hier drinnen Ich bin unter Beschuss Digga mann Alter wie viel hocken denn da von denen Die kommen Bei mir vorne Kannst du nichts machen Alter Digga Schade Dude Keine Platte mehr drin Ja ich hab's gesehen Digga Ja Ich bin dann mal weg Jungs Dankeschön Alles klar noch und schönen Nachmittag Tschau tschau guys Jauuu Ah ärgerlich Leute richtig ärgerlich Diesking kommen hammer und wir va es Leo die praktisch der ist die Untertitelung des ZDF, 2020 Mahlzeit 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Andere Dinge muss ich machen. Was ist denn das hier? No, Edladungslinge. Oh, man. Oh, man. Oh. Oh. Oh, man. Oh. 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 ja sieht edel aus am modis das sieht edel aus und dann noch irgendetwas krasses hier also kaum ruckle bewegung also gar nichts jungen absolutelisch aus was ist das keine ahnung aber bloß ein video bei youtube rasenmäher simulators lucky soffen oder was die erst mal die gopro dran binden aber das mal lassen war der rassier mal aus in der hundenball von rasenmäher lichter macht er jedes mal 100 mal am tag äh digga sehr schön wenn das neues geld also die grafik rausgesehen also heftig aus dann gut aus ist sagen gut aus ja okay was das alter bergadier immer noch bei einem leider haben wir nun 23 wenn es uns selber versaut sag ich mal hier hätten wir mindestens haben können wohin was hast du denn für ein problem hat 0 wins und quatsch bei einem winch thema digga und natürlich quatsch benny genug geübt jetzt beginnt der richtige kampf nehmen wir mit akka 47 1 win mit 30 kills im doodigie wenn wir machen klar ach ohne dich wird es besser nicht an dir brudy das liegt doch nicht an dir nicht an dir das ist mal wieder mit dem vielen mit dem vielen du ach ich darf ja junge wenn ich beruhige dir gerne gerne karl gallicke karl gallicke karl gallicke karl gallicke karl gallicke karl und wie die karl die 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 der die 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 Das kommt alles, Junge Benni, das kommt alles. Muss ja erstmal Map kennenlernen und blablabblub. Und dann geht das irgendwann. Guck mal, hier fliegen auch welche runter. But we've left left side from the fucking dogs. Ja, ja. Auf dem hinteren Kran. Kran? Kran nicht. Auf dem Kran da. Und nix da oben drauf. Ich hab ne Sniper gefunden. Mal gucken, ob ich da in Treffel. Oh, sehr, sehr gut. Die F-A-Wire. F-F-A-R. Ich sehe hier irgendeinen Rennen, ja oder nein. Doch, da auf dem Vordach. Hat einen Hit bekommen, der Dude. Ah, Raketenwerfer fühle ich, jawohl. Ja. Ich will break, der Dude. Komm mal hin, ja. Sieht nur einer aus. Sieht nur einer aus. Zeig mal her, hier. Ja, doch. Hatte mal, oder? Ja, sieht nur einer aus. Ja, ist richtig. Ich komme. Ich komme. Sieht nur einer aus wie du. Let's go, Bro. Lass mir nochmal die Gringo eine Runde. Das wird Wahnsinn. Hm, 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 hm. Ja, ja. Ja, 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 ja. Hier liegen übizide Platten. Ah, da ist denn da los? Ich bin voll. Das ist oh. Wollen die vor uns gewesen an dem komischen großen Glockenturm, sag ich einfach mal. Da müssen wir mal hingucken in die Ecke. In die richtige Richtung. Ballon. Wir sehen, was du da machst, Alter. Kirschen flicken oder was hier in dem Spiel, Junge? Mach Lack da. Du Alphan Schubeck. Sind die jetzt hier noch vor uns? Wir sind nicht, mein Munk. Oh ja, ja, ja. Kann man sogar hochklicken, das wusste ich auch nicht, oder? Seitdem ich war so ein Spiel, ich wusste nicht, wo ist der Moody's. Hä? Dicker, wie kann der mich denn noch holen, Alter? Das ist ein Witz. Kommt noch einer? Ich bin noch ein Witz. Ja. Ach, Leute, das ist doch ein Witz, Alter. Ich dreh gleich wieder um. Ja, ist so, Alter. Was machst du denn auch immer so lange, Junge? Ewigkeiten läuft der durch die Gegend, Alter. Das ist hier kein Survival-Game. Das ist ein Schießspiel, Bruder. Hey, da könnte ich kotzen, Digga. Dass der nicht gestorben ist. Natürlich muss man da drüber ziehen. Da muss man drüber ziehen und vorziehen, wenn die Gegner laufen, Digga. Ja, Leute, 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 Leute. Da müssen wir unsere Waffen wiederholen, irgendwie, oder? Schon mal den Kollegen wiederholen, oder? Haben wir ja keinen Geld, Diggi. Denken Sie, unten runter sind die Kisten. Ja. Hier haben wir ja nicht alles gelootet. Wir sind ja jetzt eine Kiste gehandelt. Bunger-Karte. Ich habe auch noch mal Kisten bei mir hier. Ach, hol den, hol den. Nimm den, alles gut, Bro. Nimm den mit da, die Scheiße. Nimm mit da. Geld hast du? Hast Geld. Komm. Nimm mal da rin, komm, wenn ich meine Waffen wieder kriege. Ja, ich habe nur eine Piste unterwegs. Über mir, genau. Du willst jetzt da rein, okay. Ich komme. Was willst du denn sonst machen, wenn wir sie wegrennen? Nein, oder was? Sicher, aber klar. Ich glaube, hier ist jemand. Der Turm sei noch drin. Im Turm, ja. Da sind wir eine Gorenko hin. Schweine. Ich leeset hier. Sauber. Wollen wir Long hier mitnehmen, wichtig. Jo. Wo ist das denn? Das ist auch noch alle jetzt. Das ist der, oder? Das haben wir noch alle eigene Waffen, oder? Ja, ja. Waffen hier, ja. Ja, ja. Dann können wir im Bunker gehen, wenn wir da wollen. Oh, Gegner wieder vor mir. Ey, er klettert da noch hoch. Ey, Mann! Alter, so eine Fotzen-Scheiße, Junge. Zieh sie doch den Drecksberg hoch. Da könnte ich abticken gerade. Könnte ich schon wieder abticken. Keine Ahnung, der stand genau vor mir. Aber ich stammte genau Meter. Sieht sich an, am Seil hoch vor euch. Und dann wird ihr geflogen, nur. Das Fick-Game macht mich kaputt, Junge. Mahlzeit, Renni! Brauche, was du essen. Das ist ein Crew. Weil irgendwo hier im Haus war noch eine eigene Waffenkiste, ne? Ich dachte nicht. Da ist eine, ja. Auf dem Dach geht die. Der ist noch auf dem Dach sind. Der ist noch auf dem Dach, ja. Den gerade sehen. Ja, ja. Der ist alleine auf dem Dach. Na, aber... Wir schießen die O. Weiß nicht, wo meine Gorenko hin ist. Die ist weg. Die liegt irgendwo, die so nicht liegen sollte wahrscheinlich. Die liegt hier oben drauf. Oder fliegen welche runter zu mir? Das ist ein Witz hier gerade, Alter. Leute, ist das ein Witz. Game, Digga. Nee, ich gehe raus, sagt der Runde, Alter, Digga. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Ich bin Mike. Ich bin vorhin Feierabend, mache heute die Runde, Alter. Kein Bock mehr auf das Scheiß-Game gerade. Mal sehen, ob es da hinten am Boot noch Geld gibt. Ja. Nee, 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 nee. Na, na, na. Oh. Selbst hier bei mir? Die kommen hier? Über uns? Hey, Leute, 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 Marte, was zockst du denn noch außer Graf-Dudi? Momentan gar nicht, sie gehe ich hin. Snow-Warner will ich mir jetzt wieder runterladen, aber ansonsten zocke ich nicht außer Graf-Dudi. Der Rest ist Familie-Zeit. Oh, die hat geradeaus zu, auf der Treppe rechts von dir, nur rechts auf der Treppe. Untergesprungen, die kommt zu euch. Der Wiedereinstieg ist real. Zum Blinderungsauftrag vorrücken. Schauen wir mal. Platz und drücken. Platte. Jei, 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 jei. Oh, die haben wir. Oh, es geht. Es geht. Eigentlich immer gute Kills, aber leider nur einen Bin-Halb mit Beuker. Schwierig, schwierig. Wir freuen gleich mit einer frische Luft hier, Alter. Ah, eine frische Luft. F-Punkt Waldstücke 7. Und einer ist da, Schopro. Ah, den ist der Einzige, den du wahrscheinlich noch bekommen kannst. Oh, die sind da, Schopro. Ich bin das, Döde, Döde, Döde. Döde. das wasser geht rein aber nicht raus müssen anrufe nachfragen soll ich jetzt machen look ich habe es auch probiert naja ich saß dir doch auch nur lang gerede kurzer sinn mein junge danke dafür wurde aber sein leben riskiert für die anderen du stoppst als held jungen naja hallo aber mann und shopper runaway er hat doch cool laktiker noch er hat doch noch gut lag lasst uns warten wir mal die kiste runter die worten alle seit zwei minuten dauert dass er die kiste kommt oder was ich woher die helder ja das habe ich nicht bin ich zu tief im himmel bleiben können wir wollen 40 sekunden noch dann kann er kommt auch so selber nicht dran da laufen sie nicht an oder das heißt hier liegt alles er sagt alles was das herz begehrter lindchen grüß dich dann schauen wir doch mal dahin eine eigene p90 hast du noch ein bisschen das mp moni ich kann die waffe nicht vollladen zehn sekunden noch dankeschön aber er brauche ich nicht bloß mp habe ich gebraucht eigentlich soll das in der nähe für kampf vorbereiten bei der muni kiste rucksack liegt alles noch bei mir nur die haben wieder überlegt an dem shop da hinten gerade die waffen eigener digger okay ich komme runter habe ich ko gehen das gas kommt näher neue sicherheit abgefeiert was der von oben ja ich brauche eine platte und schlechter abgene wir zwei und hier zwei grüße christian acht stück leben noch und vier teams müssen wir hinkriegen oder ich glaube ich habe mir gerne da draußen ich glaube schon ich habe gesagt ich habe mir gerne da draußen ich nehme auch oder gar ich glaube ich glaube die leine rin junge ist das ding reißen wo die lasse den reisen jetzt ich habe muni kiste in der muni braucht ob der muni kiste braucht der muni ne bin ich voll okay im haus neben uns rechts ich glaube ich glaube ich ja schildbreaker der dude der sniper aufpassen ach man ey hier ist ein team ich habe die sniper macht da oben aufpassen eine platte kann ich dir auslegen noch von hinten hinter dir von die richtung was von grün ja was von grün schießt keiner dicker hier oben sind auch noch die leute die gesniped an der zeit habe ich nicht gesehen dann schießen weg junge dann schießen weg nur dann machen wir weit immer zu mir keine platten raus die noch dicker ja das wird übel das wird richtig übel die geschissene posi hier ich sehe den da oben nicht mal der geschossen hat die drei platten sind schon wieder aufheft geil alter können wir noch die platten kaufen die müssen aber alle zu uns ja das bringt uns nichts digga die kommen alle ran und ficken uns jetzt ich will auch ne platten im shop haben wir ja noch mal drinnen ne scheißdreck leute von mir vor mir vor mir vor mir ja ganz so knicken close recht ich bin schade alter hätte man ein stück bessere posi gehabt alter hätten wir vielleicht noch reisen können das ist doch ne abfuck posi gewesen eine schießt auf die ne ja ja schwierige runde leute aber ich hau jetzt erstmal den nachmittag ich wünsche euch noch einen schönen tag vielen dank fürs mitspielen danke ich hab zu danken haut rein guys tschüss das war die gorengo ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag vielen dank fürs zuschauen bis heute abend 18 uhr reicht für heute reicht leute